hey damit haben wir die northern expansion abgeschlossen kein gratulation dass ich das spiel beendet habe gemein aber ja wir haben es geschafft wir haben alles abgeschlossen 71 tage war gar nicht mal so schlecht gelaufen wirklich man muss es so machen wie es in dem guide empfohlen war nämlich ohne ranger damit die paladine die türme nicht sehen und gleich zerstören wollen weil sobald sie die türme sehen sie auf die türme losgegangen wie blöd und ich brauchte einen haufen geld um helden wieder zu benehmen und um lightning storms zu casten ohne die lightning storms wäre ich überrannt worden die komplette sind ja unter den lightning storms gefallen wie blöd na gut ich würde mal sagen da wir jetzt hier mit dem hauptspiel durch sind und ich noch ein bisschen zeit zum aufnehmen habe erst einmal vielleicht das nachwort ja majesty ist ein altes aber sehr geiles spiel meiner meinung nach also zurück habe ich hier die hd version spielen können und nicht die originalversion weil die auflösung wäre furchtbar gewesen aber die hd version hat ziemlich viel potenzial gehabt das war auch sehr geiles spiel auch wenn es manchmal gefrustet hat ich kreise ein bisschen drüber über die legendary heroes ja aber im großen und ganzen wie gesagt die schlimmsten quests waren die getimten quests alles andere war wirklich in ordnung meiner meinung nach man durfte halt selber nicht übertreiben sondern musste sich gut vorbereiten und alles gerade jetzt zb bei spires of death am schluss es ist schwierig das spiel ja es ist auch ein altes spiel wo es aus also aus der zeit wo es das wort casual noch nicht gab damals waren auch command in conquer spiele schwer ja gut das soviel zu meinem nachwort ich hoffe euch hat das let's play bis jetzt auch gefallen also das hauptspiel und die noch von expert noch von expansion ich hoffe immer noch ihr seht mir nach dass ich bei legendary heroes gecheatet habe als einzige map weil sonst wären wir immer noch nicht fertig damit weil die mission ist viel zu schwierig eigentlich von expert mission die hätte eigentlich eine master mission sein sollen so wie die beiden eigentlich hätte vision for fallen hero und expert mission sein sollen und das eine master mission also die beiden gerade vertauscht weil so schwer war vision of a fallen hero gar nicht vor a fallen hero man musste halt nur oft speichern und gucken dass man seine helden am leben hält und alle möglichen gefahren aus dem weg räumt bevor man sich um die abomination kümmert was schwierig war war die wüfte die man da habe ich ja auch ein bisschen so gesehen geschieht die dem ich immer gespeichert habe und dem casino geld verdient habe also immer auf gold gesetzt habe wenn es ein fehlschlag war habe ich geladen habe wieder auf gold gesetzt und so weiter bis ich halt die das geld zusammen hatte ganz am schluss also ich glaube ich habe versucht bis auf den die letzten drei tage haben als ich drei tage vor limit war habe ich versucht dann mit dem casino das geld doch zusammen zu kratzen dass wir die mission schaffen das wäre das vielleicht auch ausgeartet ja gut so viel zu meinem nachwort wie gesagt ich hoffe ihr hattet spaß und guckt auch bei meinen anderen let's play ist so da wir jetzt noch ein bisschen zeit haben in dieser aufnahme session werde ich mal in die freestyle quest reingucken und werde einfach mal ein beginner random machen okay random beginner quest keine ahnung was man hier machen soll ich mache das typische was ich immer mache erst einen marktplatz und eine ranger gilde dann ein dorwurst tempel und eine kaserne ja guckt euch mal wie schnell der zwerg ist komplett majeste die lokalen blacksmith of was new services your majesty a new building is complete Wahrscheinlich laufen die Freestyle-Missionen halt einfach drauf raus, dass man entweder alles tötet oder sie haben kein Ende. Eine neue Gebäude ist komplett. Ich hoffe. Ich fühle mich revitalisiert. Ich mache jetzt einfach mal den Beginner Freestyle-Quest, damit wir auch nur das gesehen haben. Ich hätte auch eine Advance nehmen können, aber ich denke mal eine Beginner reicht auch aus für die Zeit, die wir noch haben. Kann ich eigentlich hier auch Magic Bazaar? Ja, ich kann sogar Magic Bazaar bauen. Und ja, ich habe natürlich auch die Mod benutzt, damit ich bessere Guards habe. Ein Ratten-Nest. Ah ja, okay, wir müssen wohl Ratten-Menschen ausräuchern. Ja, Ratten-Menschen sind auf dem Vormarsch. Das ist wohl unser Ziel. Ihr Highness, Our research in the library is complete. Sovereign, Your marketplace now serves you better. Majesty, The local blacksmith offers new services. Das war einer meiner Zwerge. Kein Problem. Und ein Trading Post hier ein bisschen außerhalb. Ja. Okay, wir kämpfen gegen Ratten-Menschen. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Majesty, our new building is complete. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Your Highness, our research in the library is complete. I'm a welcome guest. Wet'menschenmens. Hey. Majesty, your trading post now offers healing potions. Ernsthaft, wir haben meinen Paladin zerschrottet. Gäste, 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 Gäste! Gäste! Gäste, Gäste! Gäste, Gäste! Gäste! Gäste, Wirst du auf, meinen Trading Post zu fressen? Da wäre ich dir sehr dankbar für. Okay, noch ein Rattennest ist aufgetaucht. Oh, wo kommt ihr denn her? Ein Innen wäre auch nicht schlecht, sobald ich wieder Geld habe. Also, jetzt ein Illi-Born? So, mein Trainingpost beschützen. So, wir haben genug Geld für noch einen Paladin. Tax Collector. Tax Collector. Ja gut, die Schamane sind übel. Tax Collector. Tax Collector. Tax Collector. Energies of Light. Hard work, is it only for? Ja, wir kriegen jetzt langsam etwas Geld rein. Tax Collector. Energies of Light. Tax Collector. Your Highness, we've improved the guardhouse. His aumentar den Glow in, we've rooted in Gelda. Die Illιιi sind geerde. Die Illiäden sein geerde. Die Illinii sind geerde. Ja, die Wetterpools sind zum Glück nicht sonderlich stark. Jetzt war es gegen Einheiten, also Helden und Wachen. Räuchert wir mal das Nest hier aus, dass wir etwas mehr Ruhe kriegen. Ja, aber jetzt kommt ja gleich wieder Geld rein. Nein, kommt's nicht, weil irgendwer meinen Tax-Collector vorgetötet hat, weil er anstatt zum Palast zu laufen zu dem benagerten Rathaus läuft. So, damit ist schon mal der Außenposten tot. Und wir können uns um den Rest kümmern. Hier oben steht wenigstens alles noch. Spawns all type of reds, reds, man. Auto-spawns more redness over time. Can be destroyed, ja. Woher auch immer ich einen? Okay, da ist jetzt mal einer meiner. Vernünftigen Leute gestorben, einer meiner guten Ranger. Komm, räuchern wir auch mal das Ratten-Nest hier drüben aus. Oh, ja. Oh, ja. Ja, genau. Zwerg gegen Troll. Da oben legt sich ne Habchen mit meinem Dorfensettlement an, das kann sie ruhig. Kissen, das war die Er будем communication. Oh, ja. Dann mal richtig Warschen! Wir beiden aufaressey Hügel.